Hi, ich bin der Jörg Rapp von rollra.de. Ich möchte mich recht herzlich bei Ihnen bedanken für Ihren Einkauf von Ihrem Motor. Zuerst bauen wir den Rollladenmotor ein. Wir machen das hier an unserem Prüfstand, wo wir hier intern auch verwenden, um die Rollladenmotore zu prüfen. Wichtig ist dabei, dass Sie bitte auf die Nut vom Adapter, vom Motor und der Welle achten. Die zwei müssen übereinstimmen. Wichtig ist auch dabei, dass der Motor vollständig in der Welle drin ist. Nur so kann er auch die Endlagen messen. Nachdem der Motor nun eingebaut ist, nehmen Sie den Elektroanschluss gemäß der Anleitung vor. Wir machen das hier mit unserem Testkabel. Wir versorgen nun den Motor mit Strom und beginnen mit der Programmierung. Wir drücken die Taste auf und ab gleichzeitig. Der Motor winkt und sagt, okay, ich habe es verstanden. Du möchtest den Handsender jetzt auf mich einladen. Im nächsten Schritt prüfen wir nun die Drehrichtung, dass Ihr Rollladen bei der Taste hoch nach oben fährt und bei der Taste nach unten fährt. Wir drücken dazu einfach die Taste hoch. Schauen, ob Ihr Rollladen rauf oder runter fährt. Wäre das bei Ihnen jetzt richtig, dass Ihr Rollladen hoch fährt, dann würden Sie die Taste auf und ab gleichzeitig drücken. Wenn es nicht der Fall ist, dann drücken Sie die Taste Stopp für circa zwei Sekunden und der Motor hat die Drehrichtung geändert. In unserem Fall hoch ist nun hoch, runter ist nun runter. Wenn dies so stimmt, bestätigen wir dies mit der Taste auf und ab gleichzeitig für circa zwei Sekunden. Der Motor winkt und sagt, ja, ich habe es verstanden. Die Drehrichtung stimmt nun. Wir gehen also weiter. Nun zum nächsten Schritt zu der Endlagenprogrammierung. Endlagenprogrammierung. Wir beginnen mit dem Endpunkt oben, sprich, wie weit darf Ihr Rollladen hochfahren. Wenn wir den eingelernt haben, programmieren wir den Endpunkt unten, wie weit darf Ihr Rollladen runterfahren. Wir drücken die Taste auf und ab gleichzeitig für circa vier Sekunden. Wenn der Motor winkt, dann fahren wir den Rollladen nach oben in die gewünschte Position, wie weit der Rollladen hochfahren darf. Sie können jederzeit auch mit der Taste nach unten die Endlage korrigieren. Wenn die gewünschte Position erreicht ist, drücken Sie auf und ab gleichzeitig. Der Motor winkt und nun kommen wir zur Endlage nach unten. Wir fahren den Motor also nach unten oder Ihren Rollladen. Auch wieder zu der Position, wo der Rollladen stoppen soll unten. Und wenn die Position erreicht ist, drücken wir auch wieder die Taste auf und ab für zwei Sekunden. Der Motor winkt. Nun haben wir bei unseren Rollladenmotoren mehrere Möglichkeiten. Wir können zum einen die Endlagen fest einprogrammieren, dass der Motor die immer starr anfährt, oben, unten. Wir haben aber auch die Möglichkeit, den Motor auf Hinderniserkennung zur Programmierung. Wir machen in unserem Fall jetzt mal die festen Endlagen. Dazu drücken Sie dann nochmals die Taste auf und ab für circa zwei Sekunden. Und der Motor winkt zweimal und bestätigt somit, die Programmierung ist vollständig abgeschlossen. Sie können dies nun auch überprüfen, wenn Sie die Taste auf- oder abdrücken. Der Motor läuft nun alleine bis zur gewünschten Endlage. Möchten Sie die automatische Endlagenerkennung aktivieren, machen Sie das mit dem Punkt B in der Anleitung. Wichtig, bei der automatischen Endlagenerkennung benötigen Sie noch Wellenclipverbinder und Anschlagpuffer. Sollte etwas bei der Programmierung schief gelaufen sein, können Sie den Motor einfach vom Strom nehmen, wieder mit Strom versorgen und von vorne anfangen. Wenn Sie die Programmierung vollständig abgeschlossen haben und die Endlagen zum Beispiel korrigieren möchten, dann ist dies über einen Werksreset möglich. Zum Zurücksetzen vom Motor trennen Sie den Motor für circa fünf Sekunden vom Strom, versorgen dann wieder den Motor mit Strom, drücken Sie am Handsender die Taste auf, stopp und ab gleichzeitig, der Motor winkt, dann drücken Sie auf der Rückseite die Programmiertaste für circa sieben Sekunden. Der Motor winkt einmal und nach circa sieben Sekunden zweimal, einmal und nach sieben Sekunden winkt er noch einmal. Der Motor ist nun wirklich so zurückgesetzt, wie Sie diesen von uns bekommen haben. Wichtig, das Zurücksetzen funktioniert nur dann, wenn die Programmierung im ersten Schritt vollständig abgeschlossen war. Die Programmierung funktioniert nur dann, wenn Sie wirklich Schritt für Schritt dies wie in der Anleitung beschrieben ausführen. Überspringen Sie einen Punkt oder machen Sie einen Schritt anders, werden Sie die Programmierung nicht abschließen können. In diesem Fall müssen Sie wieder von vorne beginnen. Wenn Sie noch Fragen haben oder andere Fragen zum Thema Rollladen, können Sie uns einfach unter rollra.de unten links über unser Kontaktportal kontaktieren. Danke für den Einkauf! Untertitelung des ZDF, 2020